Meine Damen und Herren, das war Lichter des Nordens, die große Nahallerschau 2017. Hat es Ihnen gefallen? Mein lieber Prinz, hast du was gehört? Ich habe ganz wenig gehört und jetzt müsst ihr aufpassen. Wir haben drei Themen hier. Es steht zwischen Marienplatz und Schachos zur Zeit eins zu eins. Dann sind wir hier am Schachos, den wollen wir verteidigen gegen den Marienplatz. Dann stehen wir bei Schadivari im Radiosender auf der Bühne und das Wetter ist auch noch schön. Wir haben eine tolle Show geboten. Also, hat es euch gefallen? Ja! Ja! Geht doch! Nur mal, hat es euch gefallen? Ja! 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 Von den H detaljs testen Sie mit unserem Hofstart Sagen Sie mit mir auf Wiedersehen zum Elferrat der Nahallermünchen. Und unser Präsidium. Wir sagen ein herzliches Dankeschön an das offizielle Bremsepaar, der Landeshauptstadt München. Wir verabschieden unsere Showgarde. Vielen Dank für den tollen Einsatz. München, wieder schauen, sei es okay.